Das sind die Listen, die vom Innenminister zurückgekommen sind. So gut wie ohne Änderungen. Glückwunsch, das beweist, dass Sie recht ordentlich gearbeitet haben. Im Gegenteil, Herr Kommandant, hier sind einige ganz fürchterliche Irrtümer. Da ist zum Beispiel einer darunter, der bereits freigesprochen wurde. Der Student Lalit Claude. Ein anderer, Renel Victor, Chemiker, hätte bereits entlassen werden müssen. Das Urteil ist eindeutig. Und der dritte ist, er ist siebzehn. Okay, er ist noch ein Kind. Ich erinnere mich, er war doch auf der Liste von Chassainia. Aber warum er? Er hat nichts mit den Politischen zu tun, er ist keiner von den siebenundzwanzig. Sie können diese drei nicht füsilieren. Nichts zu machen, Le Corne. Diese Liste wurde in Paris abgezeichnet. Dann müssen wir uns auf die Gesetze berufen. Ich besorge ihm die Akten, die Verfügung und Urteile. Ihrem General wird es wohl kaum gefallen, wenn man dann bei uns sagt, die Deutschen erschießen Unschuldige. Und sogar Kinder. Ich bin bereit zu telefonieren, um Gnade für diese drei zu erbitten. Merci. Aber unter einer Bedingung. Sie müssen drei andere benennen als Ersatz. Um Ihnen diese Aufgabe zu erleichtern, ist hier das Register. Am besten nehmen Sie einfach die ersten drei Namen, die auf der Liste stehen. Bekannt. 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 Bekannt.